Bismillahirrahmanirrahim Wenn du dich der Wahrheit näherst, wenn du diese Religion praktizieren möchtest, wenn du endlich einsiehst, dass Allah dich erschaffen hat für die Anbetung und du willst dich mit nichts anderem beschäftigen, außer mit der Anbetung, dann wird Allah dir helfen, auf dem gerichtigen, geraden Weg zu kommen, liebe Geschwister. Amin